So, wir sind doch mal wieder am Start. Wir nehmen uns jetzt gerade die Brandneu-Straßenbahn. 87er, Alter. Lahnzug, stabil. Ja, das ist doch mal sehr nice. Oh, schön. Das ist doch nice. Machen die jetzt schon... Ne, das war die gleiche. Was sagst du noch mal? Fährt das denn los tatsächlich? Nein. Hörtest du ja vorhin gesagt, dass du an welchen sich so loskommst? Nein. Wett nicht, bleib ich hier stehen. Das ist unser Mantra. Prost? Ja. Ne, ich frag dann nur. Ist wahrscheinlich ein Dämon-Modus oder so. So, ich versuche jetzt auch mal nach vorne zu kommen. Ich hab angestellt. Auf jeden Fall hat das die alte Straßenbahn halt nicht geboten und deswegen war das natürlich für behinderte Menschen oder wie man sagt, also mit Rollstuhl und so natürlich dementsprechend nichts zu benutzen. Muss man ganz klar sagen. So, jetzt versuche ich noch vorne in das Häuschen reinzukommen, aber das dauert natürlich. Ja, dann sehen wir doch mal gleich. Sieht auf jeden Fall, im Gegensatz zu der alten Bahn, sieht das aus wie ein Jet von eben. Also da bin ich tatsächlich immer wieder überrascht, dass man einfach nur bei einem Ding, was in einer Schiene lang fährt, man gefühlt tausend Tasten am Stizzle hat. Auf jeden Fall ist das sehr nice. Mehr müssen wir auch nicht rein gehen. Das reicht schon, was wir hier sehen können. So, dann gehe ich wieder raus. Ich darf noch rein. Danke. So, jetzt gucken wir uns das nochmal von vorne an. So sieht es von vorne aus. Finde ich sehr schnittig halt. Da kann man nichts sagen. Auf jeden Fall sehr nice. So, das war ich jetzt aber endgültig hier von Rollstuhl auf neue Straßenbahn und so. Und es ist großartig. Es ist großartig.